Hallo zusammen! Am 2. Juli findet unser Webinar für das intelligente ERP statt. Wir haben zwei Highlights für Sie. Nummer 1. Clemens Siebler von der Microsoft wird Einblick in die gemeinsame Entwicklungsarbeit und die zugrunde liegende Technologie geben. Und Nummer 2. Wir möchten, dass Sie unser Team für intelligentes ERP kennenlernen und losen einen gemeinsamen Workshop aus. Ziel dieses Workshops ist es, einen Anwendungsfall von Ihnen genau zu verstehen, mit unseren Mathematikern auf Machbarkeit untersuchen und prüfen, sowie ein erstes Grobkonzept im Rahmen dieses Workshops zu erarbeiten. Was müssen Sie tun? Ganz einfach. Füllen Sie das Formular auf unserer Website aus, schildern Sie Ihren Anwendungsfall kurz, dann landen Sie in der Lostrommel, ja, und vielleicht haben Sie Glück und werden im Webinar ausgelost. Untertitelung des ZDF, 2020